Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn nasse Klamotten auf dem Auge. Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn das Klamotten auf dem Auge geht. Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn das Klamotten auf dem Auge geht. Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn das Klamotten auf dem Auge geht. Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn das Klamotten auf dem Auge geht. Die Dusche wird ja einig, nur benutzt, wenn das Klamotten auf dem Auge geht. Das war's für heute. Vielen Dank.